Morgen Leute, hier ist Alex. Im letzten Video habe ich die Rona zum Handstand Battle herausgefordert und die Rona hat die Challenge angenommen, was ich richtig cool finde, hat mir ein Video geschickt und auf dem sehen wir jetzt gleich, wie lange die Rona den Handstand halten kann. Viel Spaß! 3, 6 So, das war Ronas Handstand, richtig gute Leistung, 51 Sekunden glaube ich, wenn ich richtig geguckt habe. Ist leider ganz knapp unter mir, ich hatte ungefähr 55 Sekunden, so was in der Dreh, trotzdem, ihr seht, das sind 4 Sekunden Unterschied, also echt stark Ronas, hast du richtig gut gemacht. Ich hoffe natürlich, dass du dranbleibst, dass du so in 4, 5, 6 Wochen einfach nochmal probierst, bis dahin ein bisschen trainierst und mich dann richtig alle machst, also 1,30 würde ich auf jeden Fall sehen. Wir können trotzdem der Rona heute gratulieren, denn Rona hat heute Geburtstag. Rona, alles Gute auf diesem Wege, bleib wie du bist, bleib so sportlich und lustig wie du immer bist, ich wünsche dir viel Erfolg im Sport, viel Erfolg im Business und genieße einfach deinen Tag heute. Alles klar? Gut, an alle anderen, wir sehen uns im nächsten Video, bis bald, Alex. Bis bald, Alex.